Hallo Freunde und Willkommen zu unserer ersten Zombie-Metze-Session hier bei Call of Duty Black Ops 2. Und ja, das scheint unsere Welt zu sein und ich zocke das jetzt zum ersten Mal, das ist Blind. Und ja, ich geh mal zur Farm, da sind die wenigsten. Bei dem Schmerz bekämpfen sie zusammen mit den anderen Teamen oder gegeneinander die Untoten. Oh. Ja, dann mach ich das da erstmal. Sonst werde ich ja von den anderen abgeknallt und ja, so live, ne, das ist dann ein bisschen scheiße. So, ähm, ja, bei Black Ops 2, ich und Black Ops 1, wir waren ja auch, äh, keine Freunde und, äh, Black Ops 2 macht mir aber richtig Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und, auch wenn ich hier verkacke, ist mir das scheißegal, ich zocke das nur aus Fun, um mich hochzuleveln und vielleicht, äh, ups, Entschuldigung, ähm, vielleicht was Geiles zu bringen. Ja, so, ich werde hier, ich, ich snipe auch ziemlich oft bei Black Ops 2, weil snipen ist hier nämlich ziemlich geil. Aber für Neifen bin ich einfach zu blöde, aber snipen macht Spaß, aber ich hab zwar scheiß KDs dann, aber... Das ist mir schnubbe. So, dann zocken wir mal ne Runde Live-Zombie-Modus. Mal gucken. Zombie-Modus, das ist... Einfach, das kann man mal so zwischendurch zocken, das macht irgendwie Laune, keine Ahnung. Also war es auf jeden Fall Black Ops 1, obwohl ich das da auch ziemlich, ziemlich wenig gespielt hab. Auf der Farm, auf Green Run, nördliche Hemisphäre, überleben. You there, guys? Yo, bro, what up? Keine Ahnung, ob die mich hören, ich glaub, ich muss da noch was an den Sound-Einstellungen machen. Äh, egal. Ich rede jetzt sowieso nicht mit denen. Die sind unter meinem Niveau. Hm, okay. Starte! Oh, Gott. It's taken forever. Er meinte gerade, falls ihr das nicht gehört habt, dass das unendlich lange lädt. Weil irgend so einer sein scheiß Internet-Kabel wieder in seine Arschritze gesteckt hat und hofft, dass dadurch das Internet besser wird. Wer ist denn das hier, Mann? Mit dem will ich gar nicht spielen, ey. Oh, Gott. Ja, das fängt gut an, Leute. Ich kann ja hier noch ein bisschen Smalltalk machen, ne? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie es euch... Hey, hey, Kumpel. Oh, yeah. Ich spiele jetzt übrigens auf höchsten Grafikeinstellungen und ich weiß nicht, ob's dann lag, ne? Yo, Alter, was geht? Wo gibt's hier Waffen? Ah. Hm. Ah. Oh, ein Doppelfeuer Malzbier. Ah, das ist krass. Ähm. Ja, Leute. Hey, lasst mich nicht im Stich. Leute. Hier, hier, Kumpel, was geht? Was geht ab? Ach, du Scheiße. Ich mach mal. Ton? Kann man den hören? Ja, bestimmt kann man den hören. Wow. Hi. Yo, Alter. Wo sind sie? Oh, Gott. Gibt's hier Waffen? Ich müsste mal hier ins Haus rennen. Ah! Ich brenne! Ähm. Oh. Was ist das denn? Taser-Schlagring. Alter, geh weg! Du... Dreckige... Ich komme! Ich helf dir. Ich bin da, Freunde. Ich hab keine Munition mehr. Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Los! Was ist das? Ah, ich brenne schon wieder. Oh, Kacke! Jetzt hab ich was gekauft. Da, eine Waffe! Tausend! Ah, ich brenne. Ah! Ah! Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Nein! Scheiße! Alter, ist ja voll schwer. Kacke. Ja, ich hatte Noob-Verbündete. Alles Noobs. Mann. Ähm. Oh, jetzt hab ich mal Schmerz. Schmerz! Abgehen, abgehen. Das cutte ich vielleicht so in zwei Parts. Ähm. Jawohl, da haben wir auch schon unser Team. Huh. 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 Na komm, ey. Jetzt findet ihr den anderen Spieler da auch noch. Gibt's doch nicht. Nein. Oh Gott. Ich sollte die Aufnahme erst während des Spiels starten. Wird er schon mal... los, 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 los. Huh. Los, jetzt geht doch ab. Ey, ja toll, wieder die gleichen, ey. Boah. Leute, ich hab auch keine Geduld. Ganz schlechte Eigenschaft von mir, ich hab keine Geduld. Besonders nicht bei sowas. Besonders, wenn ich eigentlich zocken will. Und dann brauchen die so ewig. Na ja, dann wollen wir mal nicht Schmerz spielen, ne. Das ist jetzt auch egal. Dann zocken wir einfach... Überleben. Obwohl, da sind noch weniger drin. Aber da braucht man nur vier Spieler. Boah. Voll durch die Nase. Komm, ich brauch nur einen Spieler. Na, das ist doch mal was. Na, das ist doch, wir sehen uns. Musik Musik